Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Sankor und Yishio. Viel Spaß beim Zuschauen. Wartet auf dich. Wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Oh, warte mal, was hat er da? Nürnberg. Ah, ich warte, ich komme auch miteinander. Nürnberg, Alter. Was so groß ist, habe ich nicht. So, jetzt komme ich mit der Molotow. Dann spiele ich auch mal ein Kreuz an. Iron WoW? Ja. Ich sag mal so, Skyrim war schon ziemlich aufwendig, muss ich sagen. Das war so ziemlich das aufwendigste Game, was ich als MMORPG gefunden habe, gesehen habe. Bis Black der Sand kam. Da ist ja selbst meine Kiste stehen geblieben. Also, bis ich mich dann hier neu aufgestellt habe. Das war echt heftig, das Game. Also, auf dem alten Laptop lief alles, aber das nicht. Da war Feierabend. Skyrim hieß mal drauf. Also, ähm, das heißt ja, Elder Scrolls Online. So. Okay, dann wollen wir mal. Ein Zerstörer und das auf der Gegenseite. Ja, eine interessante Runde irgendwie, ne? Irgendwie schon. So eine Aufstellung habe ich schon. Eine Alternative zum Online-Rollenspiel? Ja. Die Frage. Momentan gibt es da wirklich keine. Sonst würde ich wahrscheinlich irgendeine, irgendeine der geartete spielen. Und, ähm, achso, das Skyrim, okay, alles klar. Online oder das, äh, normale? Also, das Singleplayer-Game. Gibt es ja Skyrim gezahlt, als, äh, weiß ich was, als Singleplayer. Oh, gleich. Mal sehen. Ach, ich wollte mal hier in die Schluck rein. Komm mal, ja, mal. Ich mach's, ich mach's sogar noch weiter anderes. Ich schick da den Torpedon rein. Wenn uns hier den Torpedon entgegenkommt, dann haben wir Probleme. Einer geht noch. Einer kann man noch fressen. Ich könnte euch welche hinterher schicken. Ist das von hinten besser? So, guck mal. Also, ich würde treffen wahrscheinlich. Würde ich davon ausgehen. So nicht versehen, die auch ein Knopf drücken hier. Schatten da wieder um auf Flack. Die tun nicht ganz so weh, wenn die trifft. Und Fliegezeug erwischt ihr. Wie, ne? Oh, nuh, ne? O wir haben doch wir hatten doch das älteste und dann hatten sie doch jetzt erst mal kostenlos gemacht also über ps4 das wusste ich nicht also auf pc haben das jahr hat das jahr irgendwann haben es ist ja von der bezahlvariante erstmal zu play gemacht ob da rechts gibt es noch keine menge stoff zwei sind schon aus da kommen die männer zeugs hinterher die reichweite sieht gut aus der schuss sie weiß dass er gemeint ist also okay gerade ganz abgelenkt durch meine torpedos ruf war quasi in der ersten reihe genau zwischen der masten durchgeschossen das ist ein festgefahren was hat er gesagt was er am stieg ist an die unser team und gehen wir mal was jagen so ok das ja gut vp und du kannst du kannst natürlich weiterhin und das flugzeugträger gar nicht mal weit weg 11,4 links nämlich im tage zu einer steuerbord bitte auch nichts mehr starten das nehme ich doch an es dreht ab und versucht auszuweiten das hat uns ganz gut lieb hier ich fahre mal so einen kleinen anruf auf den träger schön ist er kann sich ja nicht umwort weiß wie viele schiffe gleichzeitig gemacht richtig ist genau der punkt kannst du versuchen da so einen zickzackkurs zu fahren muss man mal die lanze füllen gibt trotzdem immer wieder ordentliches verfahren weg und äh ich sag jetzt mal so mit seinem wehaktion macht er sich auch nicht gerade überliegen nicht richtig ne richtig 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 ich habe mich mal auf der leiste dann war es wahrscheinlich ein torped ein glücksbärchen ein glücksbärchen ein schlacht anzünden hier er hat gelöscht achso was die können auch zurück weg hier Dreh um, Mann! Dreh um, Mann! So, mal ein bisschen wehrhaft machen hier. Ja, versteckte Luftabwehr läuft gerade. Ein Jagdflugzeug, ein... Das warme Beobachtungsflugzeug. Ohlala! Ohlala! Sind die beide schon raus? Nein, oder? Sie sind nicht mehr. Ich bin raus. Sie auch? Vielleicht noch gar nicht verfolgen. Ich glaube... Ich muss weiter wegkommen. Viel weiter weg. Dass ich bei denen komplett außer Reichweite bin. Und dann kann ich meinen kleinen Trumpf ausspielen. Den da. Ein Bordflugzeug. Ist nett, ne? Ja, finde ich auch. Ja, ja, ja. Da war ein guter Treffergepricht, oder? Ja, ja, ja. Geben wir mal den Rest. Geben wir mal den Rest. Da denke ich, wovor? Nur aus der Map. Das ist okay. Das dauert immer so lange, bis sie ankommen. Aber sie treffen. Das ist die Hauptsache. Nein. Auf die Distanz, Hauptsache, gibt es die noch Porto drauf. Dass sie auch wirklich ankommen. Was sind das? Von 16 Kilometer, ne? Ja. Der kann schon rollen. Ja, jetzt komme ich aus der Reichweite. Jetzt ist auch meine Reichweite mit Bordflugzeug erschöpft. So sieht man. Ja, aber auf die Weise kommt man relativ unbeschadet. Da hinten noch ein bisschen Schaden. Der Eximente ist noch weiter weg wie ich. Oh, guck mal. Pink. Ein Teamkill. Was ist denn sowas? Ja, ist ja schneller passiert, wie man gucken kann. Du musst ja nur falsche Torpedo laden. Anders hast du ja schon. Äh, falsch abladen. So. Ich glaube, das ist ein Schlagschiff, das wir gerade hier so fein beschossen haben. Das hat sich nicht erledigt. Ja. Das ist Geschichte. Jetzt haben wir nur noch irgendwo am Ende der Map noch welche. Irgendwo dahinten. Boah. 71.000 Damage. Aber es hat sich jetzt hinterlegt. Wir sind bei 924. Und selbst wenn wir jetzt nichts mehr erleben, ich komme nicht mehr schussreich weiter. Guck mal auf die Damage. Ja bitte? 71.000 Damage. Ja bitte? Easy. Hm. 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 Okay. Also wenn wir über unsere beiden addieren. Hast du die Wattbäusche in dein Wasser getaucht, oder? Hm. 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 Wir werden. Das ist ja Hammer. Hm. Nein, so vom Wegen, ne? Schön gefährten Schiff. Hm. Wieder Schiff. Also ich schätze, ich weiß wirklich, wie es da umsteht. Hm. Ganz leid. Und ich würde fast etwas darauf abgeben, dass es da noch jemanden gibt, der höher steckt. Ja. 71.000 weiß ich nicht. Das halte ich für schwierig. Schau mal. Schau mal. Schau mal nach. Schwierig, ne? Darüber zu kommen. Eieie. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Nimm mal so. Ja. Gut gemacht. Hm. Absolut. Gut. Ich bin mal wieder raus hier. Hammerhart hier. Der Teufel hat den Schnapp ges... Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da. Und Like für die YouTube Videos und Abo für den Kanal. Bis dann. Macht's gut. Bye. 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 Bye.